Hallo und willkommen zurück zu Down of Man. Heute mal ohne großartige Einleitung, denn ja, ihr seht, ich habe das Spiel nebenher einfach mal so ein bisschen laufen lassen. Ich Idiot hätte es ja auch oft die Geschwindigkeit laufen lassen können. Wir haben 13 Bewohner. Oh, wie lange lief denn das? Ich wollte nur einen rauchen. Wir brauchen eine neue Hütte. So, da hinten bauen wir auch noch einen hin, vorsichtshalber. Hier, Hütte. So, wir brauchen aber wieder Werkzeug, mies. Ähm, das und ganz viel davon. Äh, Outfits haben wir noch mehr als genug. Das passt soweit. Hm. Ja, was machst denn du? Nix. Ich brauche halt wieder Leder. Das nützt nicht. Ich muss auf die Jagd gehen. Da ist ein Büffel. Du kommst da hin. Äh, du kommst da hin. Ja, da. Und da hin. Ihr drei reicht mir schon aus. Da, die Büffelkuh ist noch da. Das ist sehr gut. Oh, es sind sogar mehrere. Oh. Und ich weiß, dass der uns gleich angreift. Hehehehe. Hehehehe. So, wir wollen aber noch welche. Da. Da. Da sind noch mehr. Leute, ich schmeiß mit Steinen. Und ich kein Werkzeug mehr. Doch. Oh, ne, 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 da. Oh. Hehehehe. Ja, gut. So, sehr schön. Das sind genug Tiere. Da kommen wir wenigstens auch wieder ordentlich an Fleisch. What? Gut. Der Wolf ist down. Holy. Oh, da kommt noch mehr. Und da ist er tot. Ja, gut. Da gab's ja einfach mal Wolfsangriff. Läuft. Was? Schon wieder? So, der Händler ist wieder da. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Einmal das da. Äh. 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 Ja gut. Wir können ein bisschen was verkaufen. Wert 1. Wert 1. Wert 1. Wert 1. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Oh, okay. Das ist nice. Ähm. Hier haben wir noch einen Stein mit dazu. Fertig. Wo sind denn eigentlich die, die die Bäume fällen sollen? Keine Ahnung. Toll. Ich brauche mehr Werkzeug. So. Ne, 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 mein Freundchen. Oh, hier. Äh. Genau. Feuerstein. Was anderes darfst du nicht machen? Boah, der Dude, ey. Der rächt mich, ob das so ist. Aber hier, genau. Wir haben ja hier. Äh. So. Wir können Steinschleuder bauen. Die möchte ich aber nicht haben. Denn die sind eigentlich recht schwach. Da warte ich dann lieber auf den Bogen. Aber wir sind jetzt für das nächste Zeitalter. Was, 16 oder 17? 15 Punkte. Okay. Ich würde mal sagen, das kriege ich mal hin. Ähm. Ja. Doch. Was macht man da als erstes? Ich würde sagen, als erstes, wenn wir das gemacht haben, machen wir uns den Schlitten, damit wir Holz und Stein besser transportieren können. Ja. Das wäre angebracht. Und mit dem Schlitten kann man nämlich auch Fleisch und Leder und alles dran eigentlich alles transportieren. Und das ist der Sinn und Zweck der Sache. So. Die eine Hütte da hinten wird auch bald fertig. Da fehlt nur noch ein Leder und dann haben wir genug Kapazität für weitere Bewohner. Oh. Dieser Dude! Geh endlich an so einen scheiß Totem ey! Oder muss ich erst hier einen anderen bauen? Ähhh. Wo bauen wir denn hin? Oh der Winter ist da! Der Winter ist da So, bauen einen dort hin Wir bauen einen da hin Wir bauen ja wieder 5 Stück Ähm Wir sind bei 2 3 Ungefähr so groß wird dann auch unsere Base 4 Und hier kommt die Nummer 5 hin So Und einmal wieder auf Geschwindigkeit gehen Der Winter wird hart Was? Hier ist doch gerade was gestorben Der Bär hat einfach mal eine Ziege gekillt Ja, warum nicht? Kann man mal machen, wenn der Hunger hat Hier, was machst denn du gerade? Nix Hier, geh mal Bäume fällen Du machst auch nix Hier, geh mal Bäume fällen Oh, episch Du, warum hast du 2 Exel im Inventar? Bist du behindert? Für was braucht man das? Mann, Mann, Mann Ich hoffe mal nur, dass die Bär Nicht zu uns kommen Wobei, der ist ja schon schwach Den könnte man schnell hitten Hm, hier müssen wir mal abwarten So, die letzte Hütte wird jetzt auch gebaut Sehr schön Da sind 2 Bäume synchron umgeklickt Läuft bei uns Wir haben keine Falsche Ja, hier, wo ist denn der Affe, der da fahren soll? Hallöchen Boah, Junge Wie ist denn das? Oh Äh Wir machen das jetzt einfach mal Feuerstein Haben wir hier noch irgendwo eine andere Quelle? Bitte Sonst muss ich die hier rüber gehen lassen Irgendwo muss es doch gelb werden Da Da ist nämlich noch gut was drin Wir haben keine Feuerstein Ja, ich bin doch schon dabei Mensch Recht euch ab, Dudes Äh Und dann machen wir das Toto auch gleich noch einmal Fertig So Äh Mann, 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 Mann Erstes Bauwerk, Tote Wieder ein Punkt Sehr schön Wo ist dieser Bär hin? Da sind Pferde Ziegen Ne Doch Ziegen Witsch Nasshorn Und das ist das Bärchen Ja gut Ja gut Äh Ja genau Ja genau Hm Da ist wieder irgendwas gestorben Das habe ich gehört Das habe ich gehört Na gut Äh Bup, 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 Bup Irgendwas Neues kann man nicht bauen Außer dieses Totem Ding Ne Äh Noch drei Hütten Noch ein Mensch Wir könnten so einen Bär Den Bär töten Dann hätten wir wieder einen Punkt mehr Wenn der nicht schon über alle Berge ist Da ist er Du hast nichts dabei Du hast auch nichts dabei Shit Dann kommst du jetzt nochmal mit hierher Dann legst du dich jetzt mit den Bären hier an Und dann drauf erstmal einen Schluck Kaffee Ja komm Sehr schön Genau Mal wieder einen Punkt mehr Du hast nichts zu tun Das ist aber schade Aber du wirst gleich zum Bären gehen Das Zeug einsammeln Ich kenn dich Ähm Ja Jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten Wir brauchen halt unbedingt Stein und Feuerstein So Auch wenn das hier gerade viel aussieht Aber das ist nicht wirklich viel Das kann ich euch versprechen Wir können nichts machen außer warten Halt jetzt Unsere Hunde rennen auch in der Weltgeschichte umher Wir haben den Winter wieder überlebt Haben wieder einen Punkt mehr Das ist sehr schön Und ein neuer Meilenstein Wir haben es überlebt bis jetzt Das ist sehr schön Das gefällt mir sehr Acht Punkte noch Kommt Die kriegt mal hin Irgendwie krieg ich mal die schon hin Aber ich würde sagen Die verdienen wir uns in den nächsten Folgen Ich hoffe es hat euch bis hierher mal wieder gefallen Wenn ja lasst einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da Und Aufnahme Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Bleibt entspannt Genießt den Tag Und Bye bye Bis dahin